Musik 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 Was ist bei deiner Geburt ganz viel Sch*** gelaufen? Auf jeden Fall Ähm, Klero, was mach ich denn jetzt? Geh ich mit auf A? Mit so zahlermäßig Kannst du aufs Dach rauf? Bei der Beteiligung, wenn du möchtest Ja, mach ich So, äh, 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 äh Ich frage das Schniefahrgewehr mal aus Nee, warte mal So, die ist besser Äh, gehst du unten lang? Also ich kann auch aufs Mitteldach, gell? Ja Macht der Harakiri Einer durch auf A schon Einer ist durch schon auf A Alle drei auf A, nur drei auf A Noch einer, A Nice, Jungs Huah, zwei Wecken Eis Eis Machen wir Wand Ja Malz die Mauer von DDR zu BRD Das Ziel zerstören Hab die Bombe nicht Ja, ich hab die Bombe Danke Einer ist unten, drin Ja, der ist auf den Stairs Hab ich Feier, kommt, Feier, bitte einer Feier, bitte einer Feier, bitte einer Feier Danke Wie legst du die Bombe eigentlich? Danke Einer noch Äh, Dach bei uns Mitteldach Ja, Mitteldach Geht jetzt runter Amelie Thermal, Alter Bei dir Nice Aber jetzt ne echt gefährliche Posi ist Ähm Aber wir waren zu dritt hinten, weißt du? Einer hat hinten geguckt, einer hat oben geguckt Und dann hätte er nur von unten Was, wenn du noch alleine Nein, wo wir noch drei gelebt haben Äh, mal ne kurze Frage Wer war denn am Anfang unten bei A drin? Äh, ich Ah lol, hast du mich gesehen? Ja, ich hab drauf geschossen und dann Den Typen und dann ja Der hat aber zwei Nates irgendwie geworfen oder so Keine Ahnung Was hab ich jetzt für ne Klasse? Lol, die wollte ich gar nicht Dann geht er auf A Noch eine A unten Bombe gedroppt, A Einer vor Fire Einer vor Fire Vor Fire ist Megabit Nein, Mitteldach Durchbruch, einer kommt vom BMPEX Der ist jetzt Mittelhaus Na, das war schlecht für mich Sorry Die Bombe wurde platziert Der hat ab Hölle, hau 2 Oh, wenn ich das Einer I know, one on one 20 Sekunden Ich hasse mich Ah, sorry Was passiert, Digga Wie du auch instant Körperwärme verlierst So, boff Sehr realistisch Normal A, B Normal A dann Ach, um, back up Ich hab die Bombe nicht Gibt es die eigentlich mit Absicht immer weg oder was? Ich wurde gerade irgendwie reingeschubbt Hoppa Habe ich, habe ich, Digga Muss nochmal vorkommen, wenn der Bombe hat Einer ist vor A und auf den stairs Hinten ist jetzt offen bei uns, gell? Er ist, äh, im PEX Weil der Bauer Mein Gott, Mann Bei denen, letzte Da habe ich oben auf dem Dach drauf Am Mitteln, da war er Ersten Stock Da hin Der war ja gerade noch Das hat er von der Mitte kommt Bei euch Bente jetzt Mitteldach, Mitteldach Noll, Mitteldach Der sieht dich Nice, Doc Puh Nice Sound, das haben die so verkackt Ja, Alter Das hört sich gerade links und er kann in Rundown sein, Alter Ohne Scheiß Sonst gibt's Joe Suchen und zerstören Mach mal Mitte alleine im PEX Ich mach mal B A gehittet Ah, ist down, einer Ah, da ist ein MG Mensch Der schießt mich ab Der ist Säule, top Mitte, unten ist noch einer Ja Kommen wir bei A gedroppt Nein, bei uns hinten schon durch Und Mitteldach, Mitteldach 2 on 1 Kommt zusammen, irgendwie Kommt zu dir, Digga Nein, nein, nein Oh, der war da gerade, Alter In Jail war der Bombe auf A gedroppt, ne? Aber wenn du da stehen bleibst, keiner vor links kommen, ne? Hab ich dich nicht Die Bombe wurde platziert Unten ist er nicht rein Wo die Bombe platziert ist, dann Ja, entweder da auf dem Dach Police Station oder Bei uns auch Unten liegt der Konsort, der Konsort, der Konsort Der Konsort, der Konsort, der Konsort Hoech Reppelt, reppelt, reppelt Reppelt, reppelt Rappelt, reppelt Nice Boah, Alter Boah, Alter Mach' doch gerne mit euch, dass ihr euch einscheißt Geht zwei Sniper Kills gemacht, die Runde Oh, den einen hab ich rausgelockt, den MG-Spieler Ja Meine Pose, mein Backup-Pose funkt immer wieder Immer wieder Gehen wir B? Ja Ja, los, erstmal B Wieder in die Garage, ne? Ein Sniper Deren Top ist einer Hab den Noch einer, deren Top Bei uns Top, unser Top, unser Top Hab ich Nochmal unser Top, unser Top Letzter Catwalk Und unten D Catwalk, letzter Hab ich gesehen Sehr gut Bereit mal für die nächste Runde Catwalk, den wieder runtergeplumpst ist Seitenwechsel Eigo ist Huge Suchen und zerstören Police, 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 Police und Mitteldach Mitteldach immer noch Ach, unten im Nex, der geht durch zum Spawn Der ist bei uns hinten durch Oh, Mitteldach bei uns Unser Dach down Ja, bei uns durch schon Einer Töne, 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 Töne Catwalk oben. Der hat die Bombe nicht gehabt, oder? Na doch, der hat die. Geht aber wieder Richtung A-Seite. Das sah jedenfalls aus. Na ja, okay. Impex, kannst du gleich mal bitte hosten gehen? Nein. Kannst ruhig machen, ich hab damit kein Problem. Mir ist auch egal. Ja, nicht. Hm. Warum machst du komische Geräusche? Hab ich was gegessen, ne? Nein, Shuttle und Inpex gemeint. Einfach so kam das. Okay. Suchen und zerstören. Da hat doch einen Hänger, kann ich doch Kartons hin und her fahren. Das Ziel zerstören! Einer B durch. Am Fenster, am Fenster, am Fenster. Ja, der ist weak im Fenster. Oh Gott, Alter. Einer Green drinne, Digga. Hab ich. Let's to Green, let's to Green. Was Green? Ja, ich hab dich. Ja, der ist vor der Straße. Richtung Green, Green rein, Green rein. Nice. Sehr gut. Alter, wie schnell nicht rot wäre. Warte, Mann, das ist doch zum Kotzen. Hast du aber kurz, glaub ich, nen Aim-Fail gehabt. Aber er auch. Oh. Oh, ne. Also in meiner Cam sah das schlimmer aus. Guck mal, er gibt mir einen Kugel, zwei und bam. Bildschirm rot. Suchen und zerstören. Also ich mache, drop dich auf der Range mit drei Kugeln. Ist doch klar, dass du mit zwei hoch gehst. Das Ziel verteidigen! Hm. Hm. Einer bei den Statuen hinten. Ja. Ah, shit. Ich hab aber Richtung Yellow geguckt. Könnten Richtung B unterwegs sein. Ja. Ja. Im Parkhaus drinne. Toll, alter. Er kriegt nen Ver- kackt, nenn Markup. Dings Bidom. Bidom. Und auf der Wand war oben einer drauf. B drinnen. Rechts von dir, ne, rechts. Na B-Bombe auf jeden Fall. Das ist 2v2. Ja, das ist bestimmt schon. Einer bei einer. Unser Fenster, unser Fenster, unser Fenster. Unser Fenster. Die Bombe wurde platziert. Die Bombe wurde platziert. Die Bombe wurde platziert. Die Bombe wurde platziert. Wir haben den Kampf verloren, aber noch ist es nicht vorbei. Hehehe, du ist heute... Seitenwechsel! Suchen und zerstören! Das Ziel zerstören! Einer, B auf jeden Fall. Steht wahrscheinlich hinter der Bombe. Bin mir nicht sicher. Hero, pass auf, du hast mich übelst gewollt. Da ist ein Green drinne. Rampax, wo bist du? Ich sehe. Ich erinnere mal Green mit AS M1. Noi, One-Shot! Wer liegt da? Töten! Oh, alter. Letzte AS M1. Das ist so lächerlich, die Knarre. Wer ein besseres Aim hat, gewinnt auch auf Long Range. So traurig. Wir haben den Katalon, aber noch ist das nicht dabei. Jo. Auf Seitenwechsel! Suchen und zerstören! Bup, 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 bup! Wie heißt der denn? Chaco, mach mal... A, alleine Dev, ich geh mit, N-Ticks über B. Die könnten B kommen, der hat schon wieder Richtung Yellow geguckt, der Schneeper. Ja, lol, alter, instant, Mann! A, B geht auch. Bomme, geht auch. Noch einer, noch einer im Krankenhaus, ähm, im Parkhaus. Hinter dir, hinter dir! Ja, hat mich! Heiß Gaff, Dixer! Ja, Mann! Gott, alter! Die Bombe wurde platziert! Hinter der Bombe! Rechts von dir! Rechts! Ach, beide gleich, was schönes gehen! Wir haben den Kampf verloren, aber noch ist das nicht vorbei! Buddhi! Zeitenwechsel! Hallig, Hallig hier, Alter! Suchen und zerstören! Hier zieht der Parker aus dem alten Weg. Eine ist Schangah! Eine ist Fenster! Einer pusht mich, bei yellow. Einer ist, äh, Treppe. Ach, schon einer A durch. Da ist, glaub ich, Metro rein. Stuhle? Treppe. Da ist B rein. Down. Einer noch, Jungs? Musst du der A-Spieler gewesen sein. Ja, Metro. Steinti jetzt, Klero. Jetzt zwingt, 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 zwingt. Robert, Klero, stark. Sehr gut. Verhalt machen für die nächste Runde. Wohl veraimt, Alter. Hast du aber zum Schuss noch gut weggemacht, ey. Ein fliegender Dropshot. Ja. Suchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Ich mach nochmal A-Chucker. Äh, Chucken. Jo. Geh mal Metro nicht rein, Digga, die... Sniper wieder vorne. Zwei, zwei, drei, die im Spawn. Ja, bei mir. Einer am Parkhaus. Eingefacked. Unten blaue Tür, blaue Tür, Klero, blaue Tür war einer. Blaue Tür wieder. Ja. Ja, die kommen ja jetzt, glaub ich. Der ist runter, blaue Wand. Geh mal Metro rein und versuch mal von da irgendwie... ... ins Fenster was zu ziehen. Geht bei mir letzter blaue Wand irgendwo was. Ja, Bombe, Bombe, Bombe ist hier aber halt da. Nice. Bereit machen für die nächste Runde. Ich hab mein Special Movie Day gemacht. Ja, ja, loi. Folk'n Kick. Seitendeck. Sehr witzig gewesen, wenn das ein Collateral gewesen wäre. Ja. Ich hab mich schon angehittet gehabt. Hätte funktionieren können. Das Ziel zerstören. Das Ziel zerstören. Klappe down. Eine Green runter, eine B Spot. Fenster. Ja, hat mich Fenster. Da ist wieder B rein. Oh, da ist noch einer B. Green ist einer drin. Green und B. Two on two. Die Krankenhaus. Er ist weak, weak. Wiederum. Ist nach rechts gegangen. Ach, hinten bei uns. Der ist kurz vor Yellow. Geht Yellow rein. Down. Down. Meiiiiiin. Himmelack ist tot. Aber noch ist das nicht vorbei. Ja. Los, Jüngster, schau mal noch. Bleibt ja echt da sitzen, alter. Das hast du die ganze Zeit, ne? Ja. Seitenwechsel. Suchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Das Ziel verteidigen. Suchen wir mal bei A vor, Jago. Wir könnten auf A kommen. Ja, bei mir. Ne, 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 ne. B, 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 B. Vom rüber, Digger. Blauer Wand. Letzter. Ja, blauer Wand. Ja, blauer Wand. Blauer Wand. Letzter. Ein Nidiger, Jago. Nice. Sehr gut. Bereit machen für die nächste Runde. Ja. Damit haben die nicht gerechnet, dass ich dann auf einmal da komme. Ich gucke noch mal so kurz. Ich bin in dieser Vorfläche, an der blauen Wand. Hüpfe nur einmal hoch und seht da glaube ich drei Köpfe oder so. Dann bin ich gleich wieder zurück. Angst, Angst, Angst. Die schießen mich da alle nieder. Was machen wir? Ziel zerstören. Wir sind auf jeden Fall bei B vertreten. Ja, da auf jeden Fall. Das Ziel zerstören. Jallo, 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 Jallo. Jallo hat mich. Busch durch. Redom down. Einer Metro. Ja, genau. Geht wieder Metro rein. Geht doch raus dir, du Sau. Jango ist ex-week down. Einer. Einer los. War wahrscheinlich der, der durchgepusht war. Aber der kann jetzt wieder überall sein. Nehmen wir an, dass der weiß, dass die Bombe da in Yellow gedroppt ist. Meinst du? Ja, ja. Jax, fahren wir los. Npex hatte wieder Kletterschwierigkeiten. Ja, vorab. Timme. Nein. Die Bombe wurde platziert. Nein, du krachst. Sehr gut. Bereit machen für die nächsten Leute. Ja, du darfst gerade ein bisschen wegboostet, damit er wahrscheinlich dein Ninja die Schuss macht. Nein. Heht. Ha, ja, 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 du schror. Danke, danke, danke. Jaja Uns zerstören Das Ziel verteidigen Alter, die Nate's doch kacke von euch Ja Bako, hast du Krankenhaus? Jo Einer Krankenwagen noch Zurück Nein Einer übrig Einer noch Da war hinten Krankenwagen vor 8 Minuten Das ist mein lila Fuß, ein Peckse Hehehe Bei mir? Vorne, angehittet Weak, der ist angehittet Der ist one shot Yellow zurückgegangen Kommt links Die Dome Die Dome Die Dome top Wieso bin ich sauer? Wieso bin ich sauer? Einfühlsame Stimme Nur weil ich R2 gedrückt gelassen habe 病 hohoho hin Eine Bis zum nächsten Mal.